Eine etwas kompliziertere Funktion mit dem Logarithmus und einem Bruch. Ich suche die Definitionsmenge Nullstellenableitung und weiter geht's. Definitionsmenge, also beim ln, also ln von x, da weiß ich ja, x muss echt größer 0 sein. Aber in dem Fall habe ich ja ln von x² und das ist immer auch, negative Werte sind kein Problem. Durch das Quadrat wird es positiv, ein Problem habe ich bei 0. Also x gleich 0 ist hier nicht erlaubt und auch hier nicht erlaubt, doppelt nicht erlaubt. Also d gleich r ohne die 0. So, Nullstellen, bei den Nullstellen, da genügt es ja, dem Zähler 0 zu setzen. Also habe ich jetzt hier den ln von x² gleich 0. Gibt es zwei Möglichkeiten, das weniger Elegante ist einfach e hoch. E hoch ln fällt weg. Dann habe ich x² gleich e hoch 0. x², e hoch 0 ist 1, gleich 1. Und x ist dann Wurzel aus und eben plus minus Wurzel aus 1. Und das ist plus minus 1. Zwei Nullstellen. Minus 1 plus 1. Eleganter wäre es zu wissen, dass wenn ln von x² gleich 0 ist, der ln ist eben bei 1 gleich 0. Dass dann x² gleich 1 ist. Könnte man, also den Schritt könnte man aus dem Graphen auch direkt ableiten, weil man eben die Nullstelle kennt. Und jetzt noch die Ableitung. Dazu schreibe ich die Funktion nochmal hin. f von x gleich. Die war ln von x² durch x. Es ist Natz minus Zahn. Eine schöne, schöne, schlimme Quotientenregel. f' von x gleich. Unten habe ich x². Nenner mal abgeleiteter Zähler. Der Nenner ist ja jetzt einfach x. ln von irgendwas abgeleitet ist 1 durch das Irgendwas. Also ln von, das ist eine Kettenregel. ln von dem Gelben ist 1 durch das Gelbe. Und jetzt müssen wir das Gelbe aber nachdifferenzieren. Mal x² gleich 2x. Schaut schlimm aus, aber der kürzt sich ja viel weg. Minus Zahn. Zähler mal abgeleiteter Nenner. Also der Nenner abgeleitet ist einfach nur 1. Und der Zähler nur das ist ln von x². Und an der Stelle, da machen immer die Brüche, machen immer Probleme. Aber 3 mal 1 Viertel ist 3 Viertel. Ich kann in 3 hochschreiben. Ich kann das hochschreiben, ich kann das hochschreiben. Und dann kürzt sich die ganze x, die kürzen weg. 2 bleibt übrig. Und dann habe ich hier f', das will ich nicht, das will ich. f' von x ist Bruch, also unten x². Und oben ein 2 minus ln von x². Ja, das war's. Und jetzt könnte ich ja weitermachen. Kurvendiskussion.